Also ich weiß, ein Freund hat mir mal eine Frage gestellt und ich wusste, ich konnte es nicht beantworten und da fühle ich mich ein bisschen dumm. Und das war die Frage, wie ging die noch, eine Seerose verdoppelt ihr Wachstum jeden Tag. Nach 30 Tagen ist der Seerosenteich komplett zugewachsen. An welchem Tag ist der Seerosenteich zur Hälfte zugewachsen. Am vorletzten? Genau, am 29. Und da ärgere ich mich heute noch drüber, dass ich da nicht drauf gekommen bin. Ärgere dich lieber, dass er es einfach sofort beantworten konnte. Das ist viel schlimmer. Das sowieso. Aber wenn man die Frage kennt, weiß man es natürlich. Ja, natürlich. Aber da ärgere ich mich bis heute drüber. Was hast du gesagt? Ja, ich habe sogar in der Mitte vielleicht. Ja, das ist.